Hallo und herzlich willkommen auf onlineautomaten-spiele.net. Ich bin Florian und zeige euch heute, wie einfach ihr ein Konto bei Auvo Casino eröffnen könnt, wie die erste Einzahlung funktioniert und welches Casino-Angebot euch zur Verfügung steht. Auf der Startseite ist es zuerst erforderlich, oben auf die Schaltfläche Jetzt anmelden zu klicken und im darauffolgenden Anmeldeformular müssen erstmal einige persönliche Informationen, wie der Name, Geburtsdatum und die Adresse, sowie auch der Benutzername und ein Passwort festgelegt werden. Wichtig ist noch, dass ihr für die Anmeldung mindestens 18 Jahre alt sein müsst. Mit dem Klick auf Freie Mitgliedschaft wird die Kontoeröffnung dann auch schon angestoßen. Eine Bestätigung ist noch erforderlich, indem ihr auf den Link in der Bestätigungsmail klickt. Nach dem erfolgreichen Login müsst ihr zuerst oben in dem Menü auf Kassierer klicken, um die Ersteinzahlung vorzunehmen. Dies geschieht zum Beispiel per Kreditkarte, Sofortüberweisung, PaySafeCard, JiroPay oder auch vielen, vielen weiteren Diensten. Die Einzahlungshöhe und die Details zur Zahlungsart können festgelegt werden, nachdem ihr auf Einlage geklickt habt. Das umfangreiche Casino-Eingebot steht euch zur Verfügung, wenn ihr oben auf Casino klickt und dieses kann auch noch gefiltert werden, zum Beispiel nach Automatenspiele, nach Tischspiele, Videopoker und vielen, vielen mehr. Ein Live-Casino steht derzeit aber leider noch nicht zur Verfügung. Um jetzt direkt zum Anbieter zu gelangen, genügt es nun im Video auf das Anbieter-Logo zu klicken. Falls euch das Video weiter geöffnet hat, würde ich mich über einen Like freuen und damit ihr keine zukünftigen Videos und Angebote mehr verpasst, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!